Ne, Natururin, schon wieder dran. Guckt mal hier, kennt ihr den hier noch? Hier, dieser Spirituskocher von meiner letzten Fanpostöffnungsvideo. Also dieser Spirituskocher, den ich da von dem letzten Fanpostöffnenvideo gezeigt habe. Ja, nochmals vielen Dank an Dennis B. für das Facetten dieser Spirituskocher. Und hier, ich wollte heute einen Test machen, prüfen, wie gut das funktionieren tut. Und ich werde den erstmal auspacken und so weiter. Und euch zeigen, wie dieser Inhalt von diesem Spirituskochset ist. Was da alles so drin ist. So, hier ist einmal sowas hier. Ähm, äh, hier, wie heißt das Ding nochmal? Ähm, Kochtopf in klein. Dann hier so ein Kochtopf in groß. Was ich bei diesem Kochtopf voll cool finde. Äh, im Gegensatz zu meinem, äh, herkömmlichen, ähm, Campingkocher-Set. Der hat hier so eine Spitze zum, äh, hier, zum, äh, zum rumfüllen. Damit das, damit das weniger kleckert und so weiter. Weil das hier, diese Spitze hier hat. Und, ähm, und hier, hier ist sowas drin. Hier, einmal das hier, damit man das hier aufschrauben kann. Und dann kann man, kann man genau hier diesen, äh, wie heißt das Ding nochmal? Äh, Spiritus rein, rein machen. Und das anzünden, damit das brennt. Und zwar wisst ihr, wie das funktioniert? Ähm, hier, hier ist so ein Behälter. Und dann kommt Spiritus rein. Also hochprozentiger Alkohol. Also ganz hochprozentiger. Ähm, äh, dann macht man hier. Ähm, das hier, äh, hier rein. Und dann, äh, das hier hier rein. Und dann kommt, ähm, kommt hier dieser, dieser, dieser Spiritus rein. Also das hochprozentige Alkohol. Und dann macht man das hier hier oben drauf. Und dann, und dann kann man kochen. Hahaha. Und das will ich jetzt einmal testen. Aber bevor ich den Spirituskocher so richtig benutzen werde, zum ersten Mal. Ähm, möchte ich ein, äh, großes Dankeschön an Matthias S. ausrichten. Der mir, äh, hier über meine Amazon Wunschliste, äh, das hier mitbestellt hat. Äh, das ist, ähm, wie heißt denn das Ding nochmal? Dieser Kameracage, der mir noch gefehlt hat, um hier, wie heißt das Ding nochmal? Um meine Filmleuchte dran montieren zu können. Jetzt kann ich endlich mit meiner Filmleuchte filmen. Hahaha. Und, ähm, hier, er hat mir eine Nachricht hinterlassen. Da steht drauf, äh, viel Vergnügen mit deinem Geschenk. Von Matthias S. Äh, vielen Dank. Vielen Dank für das Mitbestellen dieses, ähm, Kameracages. Das habe ich gebraucht. Mhm. Und, ähm, hier, ich werde euch das mal zeigen. Und zwar hier, guckt mal. Hahaha. Das hier. Ähm, äh, das hier, äh, das ist dieser Kameracage. Also das Ding, äh, was hier meine Filmleuchte hält. Und diese Filmleuchte kann ich jetzt zum ersten Mal so richtig benutzen. Und, äh, die hat viel mehr, äh, Leuchtkräfte und so weiter. Hahaha. So kann man heller machen und dunkler. Und so sieht das aus, wenn das aus ist, wenn ich ohne, ohne nicht Filmtour, finde ich voll cool. Ich mag das. Und, äh, was voll cool ist an diesem Cage, ich kann nicht nur diese Filmleuchte hier oben drauf, äh, äh, dran montieren, sondern auch künftig, wenn ich hier meine externe, mein externes Mikrofon irgendwann habe. Für diese Kamera. Dann kann ich den hier auch an diesen Cage dran kleben, was ich voll cool finde. Hahaha. 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 Und deswegen ist dieser Kameracage langfristig absolut brauchbar. Ach so, äh, hier, so sieht dieser, ähm, Spiritus-Koch-Set von der Ich-Perspektive aus. Und, ähm, hier, und, äh, diesen hier, da kippe ich jetzt hier, ähm, äh, Spiritus rein. Und zwar hier, diesen habe ich mir bei, bei, bei dem letzten E-Center von dieser Gegend hier gekauft. Prüfen, ob der, äh, hier was taugt, ähm, um, um, um gleich, ähm, hier was zu kochen. Und fülle dieses Hochprozentige, äh, jetzt, äh, hier rein. Äh, hier, weil ich noch nie so einen Spiritus-Kocher hatte. Und ich da ja nicht weiß, ähm, 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 wie lange, ähm, hier, wie lange das brennt, ähm, ähm, habe ich hier, wie heißt das nochmal, äh, nur so, so ein bisschen reingemacht. Äh, prüfen, ob das, ähm, hier für das, was ich gleich zubereiten möchte, äh, ausreicht. Also werde ich das hier, äh, dieses bisschen Spiritus jetzt mit meinem Scheißfeuerzeug anmachen. Ne, guck mal, hier, äh, es ist an. So, damit das, äh, Feuer, äh, hier, ähm, hier viel mehr cool aussieht, habe ich jetzt meine Deckenlampe ausgemacht. Und, äh, wisst ihr, was ich zubereiten möchte? Ich möchte Glühwein machen. Weil, weil hier bald kommt Winter und ich möchte schon im Voraus Glühwein trinken. Und deswegen, weil ich, ähm, hier dieses Glühwein trinken möchte, mache ich als, als allererstes, äh, benutze zum ersten Mal, äh, diesen Spiritus-Kocher zum, äh, hier, äh, warmmachen von Glühwein. Also werde ich jetzt, äh, Glühwein aufmachen. Und, ähm, und hier erstmal diesen, diesen Topf reingießen. Und jetzt, ähm, werde ich diesen Glühwein, ähm, hier, hier draufstellen. Und, äh, und prüfen, ähm, ob das gleich klappt, dass gleich dieser Glühwein warm ist. Äh, hier, guck mal, ähm, ein bisschen Geräusche kommen. Und, äh, hier, äh, gleich kocht das. Und, ähm, das fühlt sich ganz warm an. Und, ähm, ich glaube, äh, hier, diese Glühwein, äh, soll man nicht kochen oder so. Sondern nur warm machen. Und weil das, ähm, hier eine Vollcool-Temperatur erreicht hat, äh, weil ich höre das so ein bisschen, dass gleich kocht. Und bevor das kocht, ähm, ist hier Glühwein fertig. Ähm, kann ich jetzt diesen Glühwein in diese, äh, Tasse rein, äh, machen. Und, ähm, hier, und jetzt ist Glühwein fertig. Und den werde ich schon wieder in meiner Ostertasse trinken, weil, äh, hier in einem halben Jahr ist Ostern. Ähm, in weniger als einem halben Jahr. Deswegen trinke ich meinen Glühwein in meiner Ostertasse. So, und ich muss sagen, dass dieser Kochsystem, äh, voll cool funktioniert. Weil diese Flamme hier ist so fett. Deswegen denke ich, dass das, ähm, und, äh, hier dieser Glühwein, äh, der ist voll schnell irgendwie, ähm, so gekommen. Äh, warm geworden. Äh, ich weiß nicht, vielleicht zwei Minuten oder so, der war fertig. Aber ich denke mal, dass ich damit, äh, definitiv zufriedener wäre. Ähm, weil hier diese, diese nervigen Gaskartuschen, die muss man gesondert wegschmeißen. Und man weiß nie, wann diese Gaskartusche alle geht. Bei, äh, Spiritus, Spiritus kann man in sämtlichen Einkaufsläden nachkaufen. Und, ähm, deswegen, und da hat man auch so einen Überblick, wie viel Spiritus man hat. Und jetzt, ähm, nicht, ähm, nicht, dass man irgendwo zelten geht, was, was zum Fräse machen möchte. Und auf einmal geht der Gas alle. Weil man vorher nicht wusste, wie, wie leer das war, diese Kartusche. Und, äh, deswegen, ähm, und das hier, das macht keine Geräusche im Gegensatz zu dieser Gas, ähm, Kocher. Und das spendiert auch Wärme und so weiter. Und, äh, man kann das dann hier noch, ähm, weiter ausbrennen lassen. Mit, mit Flamme. Das ist, ähm, das ist viel Chiliger. So, jetzt kann ich hier diesen Glühwein trinken. Ich glaube aber, dass es, dass der noch zu warm ist. Also werde ich gleich, gleich Glühwein trinken. So, äh, hier, dieser Glühwein hat jetzt, äh, mittlerweile richtige Temperatur erreicht. Ähm, so dass ich den jetzt trinken kann. Und, äh, hier, meine, meine Flamme ist ausgegangen von diesem, ähm, Spirituskocher. Also sprich, ich hab, ähm, perfekte Menge von Spiritus reingemacht. Damit der, äh, nicht zu lange brennt. Und wie man sehen kann, ähm, ist komplett alles, äh, weggebrannt. Von diesem, äh, Spiritus. Hier ist, hier ist keine, keine Flüssigkeit mehr drin. Deswegen kann man, ähm, hier, kann man jetzt schon einfach diesen Deckel hier zumachen. Ohne extra, ähm, hier irgendwas sauber machen zu müssen. Und, äh, und das hier reinmachen. Und, ähm, perfekt. Ja, hier, ich werde noch weiter meinen, ähm, Glühwein trinken. Ähm, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer verschissener Natururin. Urin. Ehm, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.